Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vierkommende mit dein eigenes Fahrenzeichen Mit Ray Lucian Michi Wunderbar Juh, wir sind hier weiter am, äh Am laufen Wo laufen wir eigentlich hin? Was müssen wir eigentlich machen? Ich hatte keine Ahnung Ach, den Brunnen mal wieder Ja, tsch Ups Ich hab irgendwie das Gefühl, hier waren ein Haufen Juden unterwegs Und haben alle unsere Brunnen vergiftet Ohohohohohohoho Verdummst, da starte die Runde Gleich mit Rassismus Ohohohohohohohohohohohohohohohoh Er war wohl Recht hat Junge Junge Ok, um das jetzt klarzustellen Nein, wir haben natürlich nichts gegen Juden Also wir haben wirklich nichts gegen Juden Jetzt kommt doch kein NICHTS, WAS HILFT Nein, wir haben wirklich nichts gegen alle Rassen Und Religion Hier geht es gerade um Religion, nicht um Ethnien, aber ja. Ist ja egal. Außer gegen die Zeugen Jehovas. Die habe ich wirklich was, die haben mir schon einiges getan. Wenn ihr Arschlöcher noch mal frühs um 10 am Samstag bei mir klingelt, gibt es Tote, aber sowas von. Entschuldigung. Aber ich muss sagen, ich halte es gerne mit Serdas und Munchu, jedem hat ein Recht darauf, diskriminiert zu werden. Und es ist ja auch Gleichberechtigung. Und ganz ehrlich, wenn ich Witze machen darf über normale Leute, dann kann ich auch Witze über andere machen, sonst würdest du ja sie abgrenzen. Und das ist ja dann Rassismus. In wie vielen Let's Plays haben wir schon irgendwelche dummen Witze über die katholische Kirche gemacht? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, es ist die katholische Kirche, hallo. Was willst du sonst mit denen machen? Also bitte, nicht drüber aufregen. Es ist halt einfach so ein dummer Spruch und es gibt halt diese sinnlose Vorurteile mit dem Brunnenvergiften. Wer das ernst nimmt, ist selber schuld. Also daher, hört auf zu holen. Also, bitte, liebe kahlköpfigen und eindeutig rechtsgesinnten Zuschauer, Sie dürfen jetzt abschalten. Ja. Ja, seid nicht unsere Zielgruppe. Genau. Also ich meine, ihr könnt uns trotzdem zugucken, aber wie gesagt... Abo für! Gebt ein Abo, macht ein Abo! Ja, genau. Außerdem ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendein Rechter uns guckt. Ich meine, so wie wir hier permanent Führerstimme machen und das auf total lächerlichste Weise... Vielleicht denken sie auch, oh, er wurde wiedergeboren! Gut, hier. Das wäre ja noch schlimmer. Oh, ich könnte ein Kleid anziehen. Gut, ich mache eine Warte. Ah, die Hosen würden mir mehr bringen. Das bringt ja nichts, ne? Das Kleid bringt mir Int. Hallo? Terminale. Achso, ich meine, gut, du willst den Enhancer machen, da bringt ja Int nicht viel, aber ich persönlich. Ja, im Moment, im Moment, es würde zumindest meinen Dings buffen, meinen Lightning Bolt. Nein, ich trage dir das, ich trage. Hey, wir dürfen nach vorne, Doppler. Warte, ich gucke auch mal nach einer neuen Waffe. Ey, die machen mal DPS. Du bist so hübsch, Lyzion. Traum, oder? Warte mal auf unseren Mook, der hat uns keinen, äh, auf unseren Tank, der hat uns keinen Buff. Wieso, der Charg, der Charg sowieso gleich den Schreiter hier an. Wo willst du hin? Ich habe wohl gerade besucht. Also, ob er nicht weiß, wo er hin muss, also so, oder? Wunderbluff! Du bist doch... Abends um 8 Uhr auf dem Friedhof. Eine alte Dame fragt einen Friedhofswärter, der gerade beim Abschließen ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Wissen Sie, wie ich nach Hause komme? Ja, 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 ja. Erst aufstehen und dann nicht wissen, wo wir hinwollen. Hier, da drüben. Reihe 3, Grab Nummer 8. Also, wir brauchen nur noch 76 EP bis zum nächsten Level. Dann können wir unsere Spezialisierung auswählen. Ich brauche noch 80 bis zum nächsten Level. Was ist hier verkehrt? Es gibt ja, äh, in Bautzernähe in Altenheim. Das ist direkt am Friedhof. Was die alten Leute übelst geil finden, weil sie da spazieren gehen können, aber okay. Ich hätte das, ich hätte das Altenheim ja Blick in die Zukunft genannt. Oh, oh. Aber, ganz ehrlich, ich finde, ich finde diese Lösung unglaublich pragmatisch und ehrlich. Ist, äh, der CO2-Ausstoß ist geringer auf dem Pantransport. Ich wollte gerade sagen, es spart unheimlich Transitkosten. So. Ähm. Spezialisierung. Gernen. Ich bin Nebelwürker. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier den ganzen Tag nur noch kiffen werde. Und da vorne war der Tussi, die hat Waffen verkauft gerade. Wir sind eh gleich ein TBE, da kannst du was kaufen. Ja, ich wollte gerade sagen. Wartet mal, ich muss meine ganzen Fähigkeiten hier neu reinziehen, weil... Ja, ich weiß. Ja, aber warum? Ist das... Stances. Und du hörst die erste Bar, die wechselt mit den Stances immer. Richtig. Ja, das ist aber Ultra-Sinn. Sie werden Bauri. Nein. Nicht unbedingt. Ja, okay, später ist das vielleicht cool, aber... Trotzdem, jetzt hätte er auch die Fähigkeiten, wenn sie einmal drin lassen können. Ist ja nicht so, dass die Bars so ertrachtet sind. Ey, wann habe ich den Execute bekommen? Gerade eben wahrscheinlich. Nice. Ja, cool. Und du've learned Shield-Slime, Resolve, Bladed-Armor, was denn das? Wieso, ihr Attack-Paw bei Rundle, hast du ein paar... Und der Lava-Lash hat einfach mal 10 Sekunden cool sein, what the fuck, Alba. Ja, ist so. Ich würde was spenden können. Tust du nicht, du hast ca. 6 Bates, die du rotieren musst. Rotieren etwa so? Ja, genau so. Ach, der Nibre-Worker. Mashi, das wird dein einziger Spill bis 40 bleiben. Echt jetzt? Klar, Slime-O-Sin-Ti. Wuhu! Nein, schluss. Gruppenheilung. Gruppenheilung kommt erst mit 40. Du kriegst, glaube ich, noch zwei Single-Target-Spails. Na, wenigstens. Ja. Da kann ich insgesamt drei Tasten drücken. Das ist schon mal Wahnsinn. Und eine Verte mehr brauchst du nicht. Das ist die Munk. So. Das muss ich richtig außer dem Kreisverkehr nehmen. Natürlich. Immer schön nach rechts raus. So, dann gucken wir nach dem Waffenhändler. Hier ist Death Merchant. Und... Doch tatsächlich, als Conspiracy-Theory. Hitler's Kreisverkehr. Was? Ja, den hat er nur erfunden, damit er selbst beim Links, also selbst wenn er nach links fahren muss, quasi rechts abbiegen. Ja, es gibt tatsächlich... Nein, ohne Scheiß, es gibt tatsächlich ein Video, was das als Theorie behauptet. Also, ganz ehrlich. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine grüne Waffe, sehr geil. Ja, Defeat, wenn du den Defeatest kriegst, dann auch eine zweite Waffe. Cool. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt keine Kurven. Dann spare ich mein mühsames Silber, alle 41 Silber, die ich hab. Wir müssen nur Ormo Grimm totem. Der ist... Oma ist ein Thunder Bluff. Hahahaha. Hätte er uns die Quest nicht whispern können, so wie alle anderen Spieler auch? Oder du kaufst dir die 705er Schusswaffe. In deinem... Handelschannel. Da unten ist noch eine Quest, ne Leute? Klar, neat. Das ist die... Das ist die Dings. Bums. Harry? Ach ja, hast recht. Äh... Wartet mal, ich komm nicht hinterher. Deswegen hasse ich Thunder Bluff. Das könnte man überleben. Haben wir hier so einen Vorsprung? Ehrlich gesagt, nein. Wenn du einen Eisblock hast, dann schon. Äh, ich habe leider keinen Eisblock. Wo geht's denn als nächstes runter? Wo ist denn hier eine Ausfahrt? Sag mal, ab wann können wir... Ach nee, wir schicken uns ja nichts von uns. Wo ist das im Fahrstuhl, Mann? Der war doch hier, oder? Da drüben, da drüben, da drüben hier. Ach mal, ich bin so blind, Alter. Hauptsache, ich denke, es war darüber nach, runterzuspringen, als... Ach, Trottel. Er lebt doch. Er hat's überlebt, immerhin. Aber er ist Krieger. Du stirbst grad. Nein. Wahahahaha. Huuu, hier ist es. Ich gehe mich selber. Wahahahaha. Nee, dazu müsste ich stehenbleiben. Bei mir zu, sie missen. Irgendwie haben die Shield-Bash genervt. Könnt ihr mal buffen, ich habe 05-5-Gravs. Das liegt daran, dass du keine 5 Milliarden Halluums anhast. Dass der so wenig Schaden macht. Das wir immer noch in Thunder Bluff sind, das kotzt mich voran. Jetzt sind wir raus. Übrigens, ab jetzt beginnt für mich der chillige Teil des Spiels, weil ich renne jetzt sowieso noch hinterher und drücke im Notfall, zu dem es also sowieso nicht kommen wird, eine einzige Taste. Ist das nicht toll? Ich kriege Torn dabei erst mit Level 12, also mecker nicht rum, wenn ich keine Agro halte. Du hast jetzt deine Death-Stance und machst mit jedem scheiß tonnenweise Agro, also bitte. Das ist deine Todes-Stance. Ja. Jetzt kriege ich eigentlich Flameshock und Purge mit Level 12. Yeah, ich kann purgen. Wann kriegst du deine wichtigste Fähigkeit? Ja, ist der Schamaner als 7 oder 8. Crushyark, Crushyark, Crushyark. Äh, warte. Posted mit Level 22. Mach mir mach mir, mach mir. Freust du dich grad? Ja, du bleibst wirklich in der Stelle und kannst das nicht. Natürlich. So ein tolles Schwein. Du hättest natürlich, weil du Monk bist, auch die Möglichkeit Fist-Weaving zu machen. Deine Mutter. Was? Ja, mach Fist-Weaver, Alter. Du hast eine zweite Stance und damit kannst du Schaden machen. Mit dem Schaden heizt du ein bisschen. Da ist der Böde-Pinner. Nein. Haut alles aus. Immerhin, guckt mal, der sieht gefährlich aus. Da muss ich euch doch heilen. Komm. Oh, enough. Nein. Nicht enough. Hä? Guck mal. Dachte ich doch die Pussy-Weans zu killen. Oh. Oh. Oh, Ambush, Alter. Fett surprise. Wenn ihr 103 Boss mit 43 Millionen Life müssen die erschützt. Vor 141er Life-Mops Level 10. Und jetzt hat er sie alle gewonshottet. Oh. Zwei-Hand-Schwert. Zwei-Hand, Zwei-Hand-Schwert. Need, Need, Need. Lawsbeck nehme ich mit. I need for you. I am dead. Brauch ich für... Ich kann's nicht vertragen. Nie. Oh, shit. Bitte lass uns die Quest jetzt hier abgeben. Bitte lass uns die Quest jetzt hier abgeben. Execute. 150. Insider Bluff. We'll meet you again ins Hunderbluff. Fart du. Sag mal, darf ich in der Stance generell nicht mal Heap machen? Oder was? Nein. Dafür bräuchest du die andere Stance. Die äh... Serpent Stance Mein Gott, wie behindert ist das denn mit? Der Crane Stance? Ach du... Das heißt, ich kann in dieser Stance sagen und schreibe Nichts außer dem Heal Spell machen Ja! Allen Heal Spell später aber Gott, deswegen... Deswegen geh, mach Fist Weaver, das ist echt geil Ja... In den Stance musst du aber wirklich halten und kriegst du viel auf die Fresse Ja, das ist mir schon klar Guck mal ernsthaft, das ist ja peinlich Wir könnten übrigens die erste Ne, kommen wir noch nicht Erst mit Lille 15 Oh, ich regeneriere so Ich meine, irgendwann werden die Mobs ja auch mal ein bisschen mehr Schaden machen Da kann ich dann tatsächlich healen, aber Bitte, Gott... Nicht in den Questgebieten Ja, doch... Musst du halt mal lernen, 10 auf einmal zu pullen Du Mädchen Ich kenne schön, wie mein Schild Über meinem, über meinem Arm schwebt Warum brauche ich jetzt schon, dass ich diese Klasse gewählt habe? Oh Mann, komm! Wir haben, wir haben schon, wir haben schon einen Zehntel geschafft So lange dauert es nicht mehr Wieso, wieso braucht nicht ein Rohrextrag? Was ist denn das? Ja, der Krieger wurde ein wenig verändert Ja, der Krieger wurde ein wenig verändert Ja, das weiß ich auch Ja, der Krieger wurde ein wenig verändert Ja, der Krieger wurde ein wenig verändert Boah, Muchos Cleverness, wa Bam! Ich dachte, der Hintere ist hochgefahren, deswegen Oh, wie wird der übergestiefelt Das Ding ist absurd Ich spiel... Ich spiel übrigens ein mexikanisches Edelrind mit dem Namen Muuchos Wie schlecht Muuchos Gracias Ja Michi geht voll drauf ab Sehr schön Kommt, der war so schlecht Da wird jemand nicht mehr fertig Michi, Michi, kein Klamm Der will auch rumstehen da unten und nicht weitergeht LOL Michi, Michi Michi, Michi, für Michi ist es vorbei Das war's Wir können aufwohnen heute Dann merk ich schon Oh man Womitsch mein Jo, Quest abgeben Ach nee, schon wieder Und wir kriegen ein Täschchen Oder? Nee Stangenwaffe mit Beweglichkeit Streitkolben mit Beweglichkeit Wobei die Stangenwaffe mehr Schaden macht Weil es eine Two-Hint ist Okay, macht Sinn Und dann start mit Int Eigentlich bin ich heiler Eigentlich muss ich den Int-Stab nehmen Auf der anderen Seite Ja Kack drauf, ich nehm den mit Beweglichkeit Leckt mich echt Muss ich mir voll auch mal Grommar So, Alter ist das Ding groß Geht ihn aus Geht ihn aus In Grommar In Orgrimmar Geht ihn aus Geht ihn aus In Orgrimmar Geht ihn aus Und gebt mir euren Leidens-Stab Ich möchte Schneider sein Weil... Keine Ahnung Äh... Ich hab ihn jetzt schon verkauft Äh... Last mal, das war ein Witz Wie kann ich dich äh... Hey, da ist eine Dandy Auch wenn wir uns ja Anrufen, ne? Send me to Orgrimmar Wuuuuh Dann dabei Der Moon Volk mir brav Was? Du Penner Also die Quest gerade Das müsste aber ne Quest Oh, ich hab auch hinbekommen Achtung von der Quest Kodos, Saddleback Wir haben zwar keine Kodos Und keinen Sattel Aber ist egal Hauptsache ich bin erstmal der Penner Schon klar Oh sorry Blöder Penner Schon besser Ah, ich weiß Ups Na, was haben wir ja jetzt wieder gewastet Nicht gewastet, aufgemacht Ist doch am Selfen wieder Na klar, den ganzen Tag, Alter Irgendwie muss man euch ertragen hier Ich hab mir grad ne ordentliche Döses Waschpulverei geknallt Hopp, Hauptsache es knallt Schön durch die Nase Jawoll Ist das Gute von Per Woll Wo kommt denn die große Schlucht her? Die hab ich noch nie gesehen Durch den Kataklyzen Deathwing hat ja einen fahren lassen Ahhhh Deswegen sieht das hier so aus Ha, verstehe Deathwing hat schon wieder einen fahren lassen Oh ne Hat der nicht erst die sengende Schlucht kaputt gepupst? Ne, die hat doch voll gekotzt Deswegen ist die voll Wasser Ne, da musst du sich erleichtern Crossroads is under attack Schnell, wir müssen hin Und die Level 100 auch besiegen Oh, nicht schon wieder Generell das war mit Level 60 mal cool Aber irgendwie Schlimm Werden wir uns übrigens auch drauf freuen Wenn wir dann endlich 60 sind In Tralmar Da fallen auch regelmäßig irgendwelche Alis ein Warum auch immer Ich hab irgendwie manchmal das Gefühl Die Alis mögen uns nicht Ich weiß gar nicht warum Ich weiß gar nicht warum Ja Wir sind doch friedliche Taugen Ahem, Manslayer Gute von Northern Barrens, du Haben wir uns mit denen nicht irgendwann mal auf Frieden geeinigt? Nein Vorübergehender Frieden? Ja Ja Keine Ahnung Wann genau hat das aufgehört? Es hat eigentlich nie richtig angefangen Ach so Das ist also quasi Wie damals mit den ganzen Mädels Du warst zwar mit denen zusammen Aber so richtig ne Beziehung war das schon nicht Richtig Weil wenn da ne geile Puppe lang gelaufen ist Dann war das halt ne geile Puppe Und die musste man dann halt auch mitnehmen Muss ich mir das so vorstellen? Dieser Spruch wurde ihnen präsentiert von Männern Männer Die besseren Menschen Nein Das hat er jetzt gesagt Das war aus der Heute Show Mensch Ja na toll Jetzt wird uns das ZDF wieder übelst anbatteln Von wegen Ja hier wie sieht's denn aus mit den monatlichen Rumpfunkgebühren Jaja Die kriegen sowieso schon genug Kohle von mir in Rachen geworfen Das muss man sagen Nein Kriegen sie nicht Also zumindest nicht ihrer Meinung nach Ja Wir brauchen doch wieder Millionen oder Milliarden Nein Ist unser Woll da? Nein natürlich nicht Nein Sorry einmal runter hier Da gibt's auch nen Aufzug? Ja Ach cool ich hab immer den anderen genommen Trottel Du der andere ist auch nicht weit weg Trottel In 80 Garage Seid dir langsam Du siehst Endo weil du wieder hier einen auf Suizid Rindfleisch machst Echt mal Ja ich weiß Du möchtest das Fleisch schonmal ein bisschen vorklopfen Ne Dann ist es zarter Ja Und dann wirst du wieder seine Hufe und hält wieder rum Ich wollt grad sagen Du wirst sowieso das Zarteste von uns allen werden Genau Ich glaub mir Spätestens wenn ich einen Mount hab hört das endlich auf Hä? Ach die haben Gerrash jetzt komplett verbannt hier Ja Ja natürlich Geht zu Anfang des Laydowns stand da noch da Er ist ja auch erstes das bestimmt Er ist ja auch schon dead GG Ja das wurde erst mal getendelt Spoiler Alarm So was muss man jetzt machen So was machen wir jetzt? Wo wollen wir hingehen? Wir nehmen 5000 Quests an die wir finden Wir gehen zum Command Boat Nehmen die Quests an und gehen los Naja Und da können wir auch die Quests von der Cuda annehmen Ja So Das klang grad irgendwie als würdest du Kühe degradieren Oder diskriminieren Wir könnten auch nach Wir könnten auch nach Azshara Azshara? Azshara stinkt und sieht hässlich aus Echt? Du bevorzugst die Barons ja Keine Ahnung ich find beides grässlich Ist das auch Keine Ahnung ich find Azshara ein bisschen besser pack doch Mir ist das egal Mir hast recht Ja Ja scheiß drauf lass Azshara nehmen Ja komm Ja komm Oh jetzt dürfen wir aus meinem Weilchen laufen Oder? Ne Ne Azshara warte mal Ach da müssen wir nach oben Ach da müssen wir nach oben Ach da müssen wir nach oben Ach nicht Ashenvale ich war bei Ashenvale lol Ashenvale liegt über Asshara Also nördlich davon Ashenvale liegt links davon Daneben Ja das was daneben liegt? Da drüben ist mal ein Taigal und ein Winterspring Naja Jaa Ach mal können wir So willst du es nicht fliegen? Nope Jaa Das ist ja da direkt am Ausgang Da ist kein Flugzeug Wo willst du denn fliegen? Nord-Ogrimma? Dann komm auch die U-Bahn nehmen Guckertank In Gnome-Regen-Edge gesagt Nehmen wir die U-Bahn Gnome-Regen 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 alter Hehehehe Damals hieß das ja noch Unterschraubigen Hehehehe Oh man wie ich das gefeiert hab Jaa Unerende ist es so gut Kale war absolut genial Lalalala Ehm G strike D�at Der Panel hat schon sein Gerster Wolf In Lv 78 Quatsch Hey Munkt Dass einfach unser Munkt nicht vorprescht sondern uns den Buff provided Ja? dass wir allgemein 10% schneller hinkommen? Nein. Ja, okay, hast ja recht. Würde Sinn machen. Ach, was? Aber ich wollte gerade was anderes zu dem Thema sagen. I'm rolling, 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 yeah! Hähem. Hähem. Ich will den aufholen. Der Mr. Knister hier vorrängst, wie sonst was. Gerade so, gerade so. Das gibt Strafpunkte. Aber irgendwie gibt's den Buff gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ja, weil er jetzt... Ach ja, dass er Windwalker gar nicht, Mr. Weaver. Wieso hätte ich doch weiter rollen können. Gesagt, getan. Ist schon Talente? Ach, ne, die gibt's erst. Oh, Fury. Platz, was denn Platz hörst. Ja, bist du Fury? Ich bin Brod. Ich hab' mich Schiedslamm. Fluriel, bei Bloodforce ist dein... Ja, mit Haupt-Rage-Generator. Und ein kleiner Heal. Und kriegen Devastate. Niemals. Jawohl. Ich find's geil, wie die Köpfe von den Goblins in den Kisten drinnen hängen. Arme Schweine. Das ist die Solid Snake-Tronung. Du hast ja wieder gar keine Ahnung, du Nab. Bei mir läuft Mashi gerade auf der Stelle. Robin jetzt. Ach. Ja, wegen der Sauen. Ach, ist Chara hier. Oh, der Scheiße. So. Hier, mach'n. Dann mal los. Töten. Wenn hier was zum Töten wäre. Töten. Da ist was zum Töten. Boah, ich mach tatsächlich Damage. So. Habt ihr jetzt auch bekommen? Was? Siehst du aus? Na, du kommst. Nö, ich hatte kein meinen eigenen Schreiter. Dann müssen wir jetzt hier einen Lumberpiles einsandeln. Bekommt ihr die auch? Also bekommst du die auch, Andi? Nein. Okay, die müssen wir allein einsamkalen. Na ja. Eine Quest fertig machen. Na, die Lumberpiles... Na, wenn du jetzt einfach den Schreiter gecaptured hast, dann können wir die gleich machen. Achso, ich habe die Quest ja auch noch nicht angenommen gehabt, deswegen... Alter, ich stehe direkt vor dem Holz, jetzt guck nicht so schief. Wenn ihr die Quest mit den Sniper habt, sagt doch Bescheid. Dann sammeln wir uns hier. Ja die ist lustig Deswegen warten wir mal kurz auf äh Mr. Knister Der da sonst wo rumrennt Alter deine Mutter Ja hier liegen vier Holzstücke aufeinander Wieso deuten wir nicht rumrennen Dahinten liegen noch ein paar Maschi Ja keine Ahnung ich hab die halt hier drüben eingesammelt Und der rennt noch weiter weg Awww Andi Ich komm doch grad zu euch Ach du bist was Robin Aliii Der größte Schreiter ist to cut down Aschara's Saplings Was muss man mit dem Baum cutten? Ja wir dürfen Snipers töten Ja du darfst jetzt den Baum da umschreddern Und dann fällt da so ein Ali-Sniper runter und dann darfst du den zerschreddern Was ehrlich gesagt du bist makabers Hast du die Quest schon Maschi? Ja mach bloß Ja dann los Hier diese grünen Bäume sind extra gemarkt Ich hab dermaßen ewig gebraucht um zu begreifen wie ich die Quest machen soll Da ist er Da ist er Ich stehe davor Boah da waren sogar drei Snapper auf dem Baum Geil Renn nicht weg Weil attackier ich die dann erstmal Na ihr feigen Pussis Sieht woanders aus wenn er Und neun so Und um welches Wegeblatt stehe Defend the gates Achja jetzt kommt der Scheiß Kranatwerfen wird geladen Kranatwerfen wird geladen Pflup Warte das ist hewig Deka Ja ist geil Wie werde euch marodieren Ja ja Ey los komm lass Ogrimma einnehmen Hahahaha Ich hab gehört der letzte der die Idee hatte Das ist nicht so gut ausgegangen Doch wir haben Ogrimma eingenommen Ja aber ich meine Der andere wollte es ja eigentlich einnehmen So gesehen Raiderslane Hahahaha Hahahaha Pure Havoc Ist hier eigentlich noch irgendjemand wo er hinschießt? Nö Ohne Scheiß Ach guck mal da unten der übse Pulk Aaaaaaah Beschütz dich indem ich Granaten auf die Werfe Yay Klingt nach einer guten Idee Wir haben die Quest fertig Folgequests Wir müssen so einen komischen Baum besiegen Hura Komm mal rüber Kack mein Schreiber Zoffen wir grad gleich Lass doch jetzt die Notstromreserve Heal dich doch du an Jaja hab ich doch Oder muss ich jetzt wieder in den Bunk gehen um dich zu healen So dann kommt mal ran hier Ja ich bring da ein bisschen was mit Einfach weiter Granaten werfen Naja bin schon dabei Ja Robert geht einfach schon weiter vor anstatt mir mal safe Töte ich bin die Resonorale tot Ich denke du warst schon da Hab die Resonorale weg Hab die Resonorale weg Hab die Resonorale weg Ggranatet Ja schön Ja ich denk noch nach was wir hier machen Wenigx Wenigx So siehst du aus Ich mag grad sagen Zumindest tu ich ab und zu so Ey Facing Wo seid ihr hin? Seite Na zu dem großen fetten Baum da vorne Weil der ist grün und gelb Der Name Egal der stirbt Wenn ich sage dass er stirbt dann stirbt der Das ist doch rot Bitte? Ja Ja Jetzt machen die Granaten Grenades 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 Irgendwie war der alleine schwieriger Jetzt war ohne Scheiß Ja das stimmt Haltet einfach auf coolen alles dann passt das schon Äh jetzt gar nichts Mal ne andere Frage warum haben wir den jetzt getötet? Weil er Weil er böse ist Der böse Ganz sicher Außer Schreiter holding aber Singen kann man ja Möchten wir auch nicht Achso die Nachthelfen werden von einem Urtum des Krieges Unterstützen Naja ok das ist natürlich Richtig Ja genau deswegen Ok das ist ein sehr sehr böser Baum Wobei unterstützen heißt soviel wie das Vieh steht da hinten Und macht eigentlich original gar nichts Was? Ja und? Es steht Gegner drauf Das ist ja quasi so wie Wenn ich die NPCs wäre hätte ich ja Angst wenn wir ankommen mit unseren Granaten So wie es kommt Ja 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 Ich muss nur irgendwie die Scouts slayen Kann man auch so machen gleich Warum kann ich die Quest nicht abgeben? Muss ich dazu jetzt echt meinen schönen Schredder verlassen? Ja Nein Ihr brächt mein Herz Ihr brächt mein Herz Ihr brächt mein Herz Was haben wir denn dann? Ein abgehackter Uralter Ast Geil Räm ich krieg nen Decker Ey ich krieg ja nicht mein richtiger Benden? Wieso? Den hebe ich mir mal auf Falls ich doch irgendwann mal heilen muss Taunus haben wir nur nen Decker Awesome Sag mal andere Frage Ab welcher Stufe können wir in den Flamschlund rein? 15 Also wenn wir nach OG gehen können wir sofort rein Aber sonst 15 durch das Tool Ja ich wollt grad sagen da wir in OG sind Könnten wir sofort dahin laufen Deswegen ja die Frage Ab welchem Level das Sinn machen würde Könnte ich kommen ja jetzt schon rein Auch da ist ne Zweihandachse Ach du Scheiße Naja aber Macht das Sinn Ich meine das Zeug kannst du doch bestimmt sowieso Ab Level 15 oder 13 tragen Okay Levelbeschreibung gibt's ja glaub ich kaum Ich glaub schon Och ich hab ein Schwert gefunden Yeah Ja Wir brauchen doch hier so ne Vie- Lass mir hier hochgehen bitte Hier oben sind noch äh erstens Scouts Und zweitens sind hier oben noch äh diese Viecher Ja Rinder da Hier guck mal Kann ich nicht gebrauchen Vielleicht brauchst du das ja Nein Schwerter kann ich nicht tragen Dagger X und Maces Sogar echt kein Schwert tragen Sogar echt kein Schwert tragen Ist ja voll der Lappen Ah da oben sind äh diese Die Mose-Hoof-Stacks Die Mose-Hoof-Stacks Die Mose-Hoof-Stacks Die Mose-Hoof-Stacks Die Mose-Hoof-Stacks Die Mose-Hoof-Stacks Hey ich mach sogar endlich Schaden Nein Du nimmst die ähm Stellgrabe in die Offhand Hast du ja das Hab ich schon gemacht Ah ne hab ich nicht gemacht Hab ich vorhin gemacht Hab ich vorhin gemacht oder Weil Lava-Lash macht ein Damage der Offhand Ja weißt ich hab ich eben schon gemacht Hab ich eben schon gemacht Ich hab's eben vergessen Naja würde ich jetzt auch sagen Naja würde ich jetzt auch sagen Ja